Hallo, liebe Deutsch-Lernende, heute rezensiere ich einen anderen Podcast. Heute rezensiere ich Inspired Parents Insights und ich hoffe, dass dich dieses Video dazu motivieren wird, meinen Podcast auch zu rezensieren. Ja, ich weiß, wie das ist, man hört, oh bitte rezensiere den Podcast, bitte rezensiere den Podcast, aber man tut es nicht, weil man einfach zu faul ist. Nun, Schluss mit der Faulheit. Ich zeige dir heute, wie ich einen anderen Podcast rezensiere. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie man einen Podcast rezensiert, dann geh auf AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Listen. Das ist die Webseite für meinen Podcast, aber du kannst auch einfach auf meine Webseite gehen, AuthenticGermanLearning.com und dann im Menü auf Podcast klicken. Und ich habe die Seiten auch immer auf Deutsch und auf Englisch, also kannst du auch hier klicken, diese Seite auf Deutsch und dann siehst du die Seite auf Deutsch. Du scrollst runter und dann ist hier ein Button, How to write a review. Und wenn du auf dieser Seite bist, dann kannst du auch die Seite auf Deutsch übersetzen. Und hier ist eine detaillierte, eine sehr detaillierte Anleitung, wie du einen Podcast rezensieren kannst. Du brauchst übrigens keine Apple ID. Du kannst ganz einfach eine Apple ID erstellen, ohne deine Kreditkarte anzugeben. Aber heute geht es um einen anderen Podcast. Ja, man kann einen Podcast sehr schnell finden. Inspired Parent Insights. Boom. Und dann finde ich den Podcast von einer guten Freundin von mir. Und sie macht einen echt sehr guten Podcast. Inspired Parent Insights. Ja, also hier siehst du oft Folgen und Podcast. Ja, und du willst natürlich auf den Podcast klicken und nicht auf eine einzelne Folge, denn wir können ja nur den gesamten Podcast rezensieren und nicht nur eine Folge. So, abonnieren. Boom. So, Bewertungen und Rezensionen. Ja. Und, oh, ich sehe, dass ich den Podcast schon rezensiert habe. Möchte ich es natürlich nicht ein zweites Mal machen, weil es eventuell gegen die Regeln verstößt. Ja. Aber ich habe diesen Podcast hier schon rezensiert. Kat and Perry are doing something really amazing here. I think it's so important to raise your children empathically and to inspire them. This Podcast will make you feel inspired. Ja. Also, ich liebe diesen Podcast. Wenn du einen guten Podcast hören möchtest, dann höre doch mal rein in Inspired Parent Insights. So, also, ich habe diesen Podcast rezensiert. Gibst du mir bitte dieselbe, dieselbe gute Tat und rezensierst bitte meinen Podcast. Ja. Das würde mich echt freuen, wenn du Authentic German Learning rezensieren könntest. Und wie gesagt, ich habe hier eine sehr detaillierte Anleitung. Es ist überhaupt nicht schwer. Vielen Dank im Voraus.